ja hallo in diesem video geht es um die division von komplexen zahlen oder genauer gesagt um die division von komplexen zahlen die in normalform gegeben sind also um die division a plus b i geteilt durch c plus d i ja die lösungsidee kann man in einen einzigen satz angeben wir müssen einfach nur diesen bruch hier mit dem komplex konjugieren des nenners erweitern also mit c minus d i gut dann machen wir das mal wir erweitern also mit c minus d i hier auch so und hier mache ich jetzt auch eine klammer drumrum gut beginnen wir mit der vereinfachung des zählers da müssen wir also diese beiden klammern hier ausmultiplizieren dann erhalte ich a mal c ein bisschen schöner malen so a mal c minus a mal d i minus a mal d i dann plus b i mal c b plus b i mal c und minus b i mal d i b i mal d i und die is kann ich zusammenfassen zu i quadrat also schreibe ich dahin b mal d mal i quadrat ok gut um den nennen hier auszurechnen also dieses produkt da habe ich jetzt drei möglichkeiten möglichkeit 1 ist ich multipliziere die klammern einfach wieder aus so wie ich es mit dem zähler gemacht habe möglichkeit 2 ist ich benutze die dritte binomische formel wenn man da mal genauer hinguckt das ist die dritte binomische formel oder möglichkeit 3 wir benutzen eine formel die wir im im kurs komplexe konjugation kennengelernt haben und die formel sagt wenn ich eine komplexe zahl mit ihrer konjugation multipliziere dann kommt daraus real teil zum quadrat plus imaginär teil zum quadrat ja also machen wir mal alle drei methoden damit ihr das seht ihr könnt euch dann aussuchen wie ihr das macht am sichersten ist immer ausmultiplizieren da habe ich also c mal c das ergibt c quadrat und c mal minus di ergibt minus c di und di mal c ergibt di mal c und di mal minus di ergibt minus d mal i zum quadrat und das kann ich schreiben als d quadrat mal i quadrat nach den regeln der potenzrechnung d quadrat mal i quadrat so und das kann ich noch weiter vereinfachen denn i quadrat das ist ja die definition der imaginären einheit i quadrat ist doch minus 1 ja und deshalb kann ich hier ein minus 1 hin machen für i quadrat und minus mal minus ergibt plus also kann ich hier ein plus hin machen und das die minus 1 kann ich weg machen so die beiden terme heben sich noch auf c di c di ist genau das gleiche also heben sich die beiden terme auf und erhalte ich also c quadrat plus d quadrat gut kommen wir zur methode 2 ich hätte also dieses produkt hier auch mithilfe der dritten binomischen formel ausrechnen können die dritte binomische formel lautet x plus y mal x minus y ergibt gleich x quadrat minus y quadrat falls euch diese formel ein bisschen ungewohnt vorkommt normalerweise benutzt man hier die buchstaben a und b aber die habe ich ja hier schon in gebrauch und deshalb wollte ich euch nicht verwirren und nimm x und y stattdessen so mit dieser dritten binomische vor dritten binomische formel schreibe mir hin das ist ein binom da möchte ich dieses produkt hier ausrechnen also c plus di mal c minus di und da sehen wir also folgendes mein x ist hier dieses c und mein y das ist dieses di hier ja und wenn also dieses x hier in der lösung quadriert wird dann muss ich hier das c quadrieren und wenn das y in der lösung hier quadriert wird mit einem minus davor dann muss ich hier das di quadrieren also di zum quadrat so und di zum quadrat ist ja d quadrat mal i quadrat d quadrat mal i quadrat und i quadrat ergibt wieder minus 1 so wie gerade minus 1 und minus mal minus ergibt plus so und da sehen wir da erhalten wir genau das gleiche c quadrat plus d quadrat c quadrat plus d quadrat es ist also egal ob ich die ob ich die beiden klammern aus multipliziere oder ob ich einfach die dritte binomische formel anwende sofern ich die noch im kopf habe ja die dritte methode um dieses produkt hier zu berechnen ist die schnellste methode da muss ich mich einfach nur an einen satz erinnern aus dem kapitel komplexe konjugation da haben wir nämlich gelernt wenn ich eine komplexe z z mit ihrer komplexen konjugation multipliziere dann kommt daraus realteil zum quadrat plus imaginärteil zum quadrat ja das heißt also wenn ich eine komplexe z z diese hier multipliziere mit ihrer komplexen konjugation dann kommt daraus realteil zum quadrat also c quadrat plus imaginärteil zum quadrat also d quadrat ja und da seht ihr also c quadrat plus d quadrat ist wieder genau das gleiche was wir auch mithilfe der dritten binomischen formel beziehungsweise durch ausmultiplizieren erhalten haben ja ihr habt also wirklich drei methoden um den nenner zu berechnen in einer klausuraufgabe würde ich das einfach ausmultiplizieren das ist am sichersten so kommen wir zum nächsten schritt da werden wir hier den zähler ordnen und zwar werden wir alle teile zusammenfassen die reell sind und alle teile die imaginär sind gut fangen wir vorne an da haben wir also a mal c das ist ein reeller teil der gehört zum reellen teil und der gehört auch zum reellen teil obwohl da i drin vorkommt aber wir können ja wieder den trick machen hier i quadrat durch minus eins ersetzen ja und dieses minus mal dieses minus ergibt plus und da bleibt übrig plus b mal d also der gleiche trick den wir schon zweimal gemacht haben so also diese beiden mittleren terme übrig und da können wir i ausklammern und dann haben wir hier also b mal c minus a mal d ja also das ergibt diesen term hier der term ergibt diesen term hier da ersetze ich i quadrat durch minus eins und die beiden mittleren terme hier diese beiden hier da wird i ausgeklammert und der rest hier in die klasse klammer geschrieben den nenner brauche ich nur übernehmen der nenner lautet c quadrat plus d quadrat also schreibe ich dahin c quadrat plus d quadrat ok ja kommen wir jetzt zum letzten schritt da muss ich ein gesetz aus der bruchrechnung anwenden das distributiv gesetz und das lautet x plus y durch z ist gleich x durch z plus y durch z also damit kann man einen bruch sozusagen wieder aufspalten in die richtung ist es nichts weiter als die bruch addition und in diese richtung ist das aufspalten von brüchen das machen wir jetzt hier mit diesem bruch wir spalten den auf und dann erhalten wir ac plus bd durch c quadrat plus d quadrat so und der zweite bruch in dem der dieser dieser bruch hier aufgespalten wird lautet dann i mal bc minus ad und wieder durch c quadrat plus d quadrat ja wobei ich dieses i hier vor dem bruch schreiben kann machen wir das mal schreiben wir das i vor dem bruch so und jetzt sehen wir das ist unsere lösung ja und warum ist das eigentlich hier die lösung wir suchen ja den quotienten zweier komplexer zahlen und dieser quotient muss eine einzelne komplexe zahl sein und eine einzelne komplexe zahl habe ich hier erhalten ja das können wir ja mal untersuchen eine komplexe zahl die sieht normalerweise so aus p plus i mal q das hier ist der realteil und das q ist der imaginärteil und genau das habe ich hier ich habe hier den realteil den erkenne ich da dran dass da keine imaginäre einheit idron vorkommt also ein ein summand der ganz ohne i auskommt und das hier ist der imaginärteil der lösung das erkenne ich da dran dass dieser imaginärteil ein reeller koeffizient der imaginären einheit ist ja das heißt der steht also hier als faktor vor dem i oder hinter dem i je nachdem hat aber selber kein i in sich in diesem bruch kommt kein idron vor aber er steht vor dem i als koeffizient oder hinter dem i und heißt deshalb imaginärteil ja also das ist tatsächlich eine imaginär eine komplexe zahl so wie p plus i mal q man sieht es bloß nicht auf dem ersten blick ja damit sind wir am ende ich verabschiede mich auf wiedersehen das ist eigentlich die neun doch das ist natürlich eine komplexe zahlbein das ist eigentlich die neun das ist ein bisschen genau das ist dein das ist ein bisschen